Ein Herzunterstützungssystem ist für Patienten, die medikamentös austherapiert sind, in ihrer Herzinsuffizienz. Es gibt drei Therapiesäulen für ein Herzunterstützungssystem. Das wäre zum einen die Überbrückung zur Transplantation, zum anderen wäre das vorübergehend, bis sich die Herzfunktion erholt hat und die letzte Therapiesäule ist die Therapie bis zum Lebensende. Das Herzunterstützungssystem liegt zusammen mit dem Herzen im Herzbeutel, im Körper und ist geschützt vom Brustbein und den Rippen bis auf die Austrittsstelle durch die Bauchdecke des Kabels, was nach außen führt, kann man die Pumpe nicht hören oder fühlen. Das Herzunterstützungssystem. Das Herzunterstützungssystem. Herzunterstützungssystem. Bis zum nächsten Mal. придi. través. 追t.